Bist du das erste Mal in Zarejevo? Ich war während dem Krieg hier. Wir haben nur vier Tage für diese Geschichte. Vier Tage für so ein Dorf wird mir alles genug sein. Haben Sie diese junge Frau gesehen? Jetzt ist es schon über drei Monate her, dass sie nach Bosnien gefahren ist. Es gibt einen Film, Edina Julic. Film? Nein, was nicht. Entschuldigen Sie. Bitte! Entschuldigen Sie! Edina Julic's father war in einem massen Grave, nah an Moravji. Hörige Dinge passieren während der Krieg. Auf keinen Fall. Sie müssen doch wissen, was hier passiert ist. Männer, Frauen, Kinder wurden exekutiert und verraten. Sie lieben unsere Stadt so viel, dass Sie nicht nach Hause gehen? Ich habe nur eine Geschichte recherchiert. Oh, Franco. Oh! Franco! Ah! Zuerst verschwindet der Vater, dann seine Tochter. Niemand weiß, wo sie ist. Sie ist nicht hier, sie ist nicht in Zarejevo. Glauben Sie wirklich, dass sie noch lebt? Es ist ein Mann, der Name Bojan, und ich glaube, er hat sie gesehen. Alles, was du filmst, gehört mir. Das ist meine Stadt, meine Stadt, meine Stadt, meine Leute. Was haben die Menschen hier für ein Problem mit deinen Toten? Sie haben kein Problem mit dem Toten, sondern mit dem Leben. Denn die stellen Fragen, die sie besser nicht stellen sollten. Sie kommen dann, Sie kommen dann, die sie closer. Hió, Sie kommen dann, In der Folge, bei der Lege der Lege der Lege zu erhalten, Sie werden dann, sie lernenen. Vielen Dank.